Siemens hat in Ägypten die weltweit leistungsstärksten Gaskraftwerke gebaut in Rekordzeit. Projektpartner für die gesamte Logistik in Benisweth und New Capital war die LPL Group. Über 90% der Baumaterialien kamen aus der ganzen Welt via Luft, See und Land. Fast 500 Heavy-Lift-Transporte. Gesamtvolumen 950.000 Frachttonnen. Mit unseren Partnern realisierten wir mehr als 40 Heavy-Lift-Fundamentsetzungen. Um all das zu ermöglichen, arbeiteten bei LPL und seinen Partnern 60 Menschen rund um die Uhr. Die LPL Group bekam das volle Vertrauen von Siemens und erreichte alle Meilensteine termingerecht. Wir sind ein starker Partner für herausfordernde Projekte, finanziell und operativ. LPL – We make the impossible possible.